Der kaiserliche Hofpfalzgraf ist eine durch Karl IV. erneuerte Würde, die an die alte Stellung des Pfalzgrafen im Hofgericht anknüpfte. Die Hofpfalzgrafen hatten die Vollmacht in gewissen Fällen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Für gewisse königliche Gnadenakte und zum Beispiel die Verleihung von Adelsbriefen, Wappenbriefen, akademischen Würden, die Ernennung von Notaren sowie die Vorname von Dichterkrönungen. Die Hofpfalzgrafen wurden vom Kaiser für die einzelnen Territorien ernannt. Manchmal wurde aber auch den Landesherren selbst diese Würde mit Comitivar Major erteilt, d. h. mit der Befugnis, diese Akte auf eigene Veranlassung vorzunehmen. Als Nachfolger der byzantinischen Kaiser verlieh nach der Eroberung Konstantinopels auch der Sultan den osmanischen Titel Hofpfalzgraf. So wurde Giovanni Bellini nicht nur 1469 von Kaiser Friedrich III., sondern auch 1481 von Sultan Mehmet II. zum Kumis Palatinus ernannt. Ein päpstlicher Hofpfalzgraf mit vergleichbaren Rechten, wie sie die kaiserlichen Hofpfalzgrafen besaßen, konnte auch vom Papst und den an dessen Stelle handelnden päpstlichen Legaten ernannt werden. Papst Leo X. Er nannte 1514 alle Korea in Kanzile Ereiber zu Comites Auli Lateranensis und verlieh ihnen die Rechte von Hofpfalzgrafen. Ein Hofpfalzgraf, der die kaiserliche und die päpstliche Ernennung besaß, war Comis Palatinus Imperiali Epapalli Autoritate. Wirtschaftlich war die Ernennung zum Hofpfalzgrafen bedeutsam, weil für die Vorname von Amtshandlungen Gebühren erhoben werden konnten. Allmählich verlor das Hofpfalzgrafenamt seine Bedeutung und erlosch mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 1806. ... Untertitelung des ZDF, 2020